Die Beethoven-Philharmonie ist ein österreichisches Orchester, in dem wir Wiener Klangkultur, frische Interpretationen und mitreißendes Musizieren miteinander verbinden. In Baden bei Wien, einer der Lieblingsorte Beethovens, wo dieser auch einige Sommer verbracht hat, haben wir unseren Konzertzyklus, wo wir ein umfangreiches Repertoire spielen. Unser Schwerpunkt liegt natürlich auf der Musik Beethovens, der Wiener Klassik, also Haydn, Mozart, der Frühromantik, etwa Schubert, Mendelssohn oder auch Brahms. Als Stimmführer der zweiten Geigen in der Beethoven-Philharmonie ist meine Rolle eine verbindende Rolle zwischen den einzelnen Gruppen, aber auch eine sehr rhythmische Rolle und eine Rolle, mit der man viel Energie in ein Konzert einbringen kann. Ich liebe Abwechslung zwischen Opernrepertoire, symphonischem Repertoire, was ich normalerweise spiele, und diesem wunderschönen Repertoire mit diesen fantastischen Musiken von der Beethoven-Philharmonie. Es ist immer, immer sehr hohe Qualität und es macht mir wirklich viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich komme aus Kanada und dürfte schon mit vielen guten Orchestern hier spielen. Das erste Mal, als ich mit der Beethoven-Philharmonie gespielt habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass Mozart und Beethoven hier wirklich zu Hause sind. Das erste Mal, als ich mit der Beethoven-Philharmonie gespielt habe, Das erste Mal, als ich mit der Beethoven-Philharmonie gespielt habe,